Tja, ich glaube, Sie müssen kommerzielle denken, junger Mann. Sie müssen marktgerecht produzieren. Ich muss Ihr Produkt ja schließlich verkaufen. Und vor allen Dingen gewöhnen Sie sich meinen einheitlichen Stil an. Sehen Sie, wenn Sie auf Ihrer ersten LP die zweite Seite so wie die erste gemacht hätten, wäre Sie besser gelaufen. Auch das Ausland war von der ersten Seite begeistert. Sie brauchen ja nicht unbedingt dem Trend zu folgen. Aber schließlich sollte man auch mal an die Stückzahlen denken. Am besten lassen Sie Ihre Träumereien sein. Vogelgezwitscher haben die Leute im Wald. Sie müssen die Leute unterhalten, junger Mann. Gut unterhalten. Dann haben Sie Erfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es war einmal ein kleiner Wald, ganz weit raus. Hinter dem großen Wald, den großen Wien. Keine Häuser gab es dort, keine Straßen und überhaupt keinen Lärm. Wenn schönes Wetter war, kam oft ein kleiner Junge mit seinen Eltern den kleinen Wald besuchen. Und sie bliebten den ganzen Tag lang. Und sie blieben den ganzen Tag lang. Es war schön da. Er hörte den Wind in den Bäumen. Und tausend Würfel zwitscherten. Und wenn es sehr heiß war, summten die Bienen in den Ummeer gut. Der kleine Junge hatte den kleinen Wald lieb, weil er dort spielen konnte und singen und rumtoben, wie er wollte, ohne dass jemand schimpfte. Es war sein Wald. Abends fing die Sonne über den Hügeln wie eine dicke Apfelsine. Einmal fand der kleine Junge einen Pilz. Der war fast so groß wie ein Fußball. Und sah dabei aus wie ein Regenschirm. Das war schon aufregend. Weniger aufregend fand er die weißroten Stammen. Die eines Tages zwischen den Bäumen und dem Boden steckten. Die vermissen was, sagte sein Vater. Aber der Junge wusste sowieso nicht, was das ist. Er pinkelte eine von ihnen an. Er schimpfte seine Mutter. Aber sie lachte dabei. Man hörte den Wind in den Bäumen raus. Und tausend Vögel klickte. Und wenn es sehr heiß war, sumpften die Bienen in den Himmeln ein bisschen. Der kleine Junge war gern dort. Weit weg von den Schulkameraden, die in blöden Kloppereien, die erleicht waren. Er war alleine und doch nicht einsam in seinem Wald. Abends fing die Sonne über den Hügeln wie eine dicke Apfelsine. Eine Zeit lang konnten sie den kleinen Wald nicht besuchen, der Junge und seine Eltern. Und eines Tages hörten sie schon von weitem, reinem Lärm. Der Kleine rannte voraus und wollte gucken, was da los wäre. Er sah viele Menschen mit Maschinen, die dabei waren, die Bäume zu versägen, alles platt zu walzen. Den kleinen Wald gab es nicht mehr. Man hörte vor Krach kaum das eigene Wort. Alles ratterte und bietste und qualmte. Der kleine Junge fand das unheimlich toll und rannte zwischen den Autos herum. Am besten gefielen ihm die dicken, runden Räder. Er wollte sie immer anfassen. Aber seine Mutter rief hinter ihm her und legte ihn fest. Wir müssen jetzt gehen, sagt sie. Der Staus legte sich auf die Sonne. Sie sah aus wie eine verwelkte Tomate. Inzwischen bin ich nun fast ein ganzes Vierteljahrhundert alt und glaube zu verstehen, warum ich an jenem Tag nicht geweint habe. Wo einmal der kleine Wald war, ist heute eine Autobahn. Sauerlandlinie nennen sie sie und sagen, sie sei eine der schönsten. Das verstehe ich nicht. Ich finde, mein kleiner Wald war schöner. Jetzt rasen sie, chromblitzend und zerrogelenkt an den Wäldern vorbei und quälen sie mit Dröhnen und Gestank. Ja, sie fahren, fahren, fahren auf der Autobahn und singen dabei ihre dümmlichen Lieder vom leicht bescheuerten Walter, den eine dumme Redensart sogar noch zu ihrem Gott erhebt. Aber anscheinend ist er doch ein ziemlich blöder Gott, denn er schafft es noch nicht mal zu verhindern, dass sich der Abendnebel auf die Autobahn legt. Und manchmal fahre ich sogar selbst da lang. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo südlich spielen mit der Gruppe. Die Jungs sitzen dann im Auto rum und spielen Karten oder lesen die Zeitung oder machen irgendwelchen Blödsinn. Und demnächst fahre ich wieder dauernd lang, denn das Überschneidestudio für diese Langspielplatte ist in Frankfurt. Oh nein, das ist doch unvermeidbar. Ich muss dorthin, das muss doch gemacht werden. Alles ist irgendwie unvermeidbar und doch komme ich mir oft vor wie ein Verräter. Aber das weiß ja keiner, denn keiner weiß von dem kleinen Wald. Ich war ja allein dort, ganz allein. Allein mit einer dicken, runden Apfelsine. Ich war ja allein dort, ganz allein mit einer dicken, runden Apfelsine. Und ich war ja allein dort, ganz allein mit einer dicken, runden Apfelsine. Also, ich war ja mismo, dass mir immer sehr, sehr gar nicht, runden Apfelsine hat. Untertitelung des ZDF, 2020